Ah, endlich! Leg Cosmio, ich hab vier, oh, ich hab vier Pfeile. Ich hab einen. Interessiert das jemanden? Ist echt... Was weg? Ich muss mal sehen, wie ich reagiere. Der ist einfach weg. Wie, du bist da? Wer ist Ruby? Moment, ich muss grad kurz mal was gucken. Boah, kein Ding. Kein Ding. Bringt mich gleich alle um. Kein Ding! Alter, ist okay. Zwei Skelette ist okay, kein Ding. Ich bin King. Teilma, Teilma, Teilma. Ich beende jetzt hier mit meiner Aufnahme, weil meine Testplatte gleich voll muss. Müssen wir auch, müssen wir auch. Ist gerade 50 Minuten um. Wir sehen uns bis denne. Ciao. Äh, ich mach jetzt noch bei euch mit, also ich nehm nicht mehr auf, weil meine Testplatte wieder... Da ist ein Skelett... Da ist ein Typ. Und er sieht aus wie ein Skelett. Kleiner Hormone würde ich grad killen. Naja, ich krieg die XP. Okay. Oh, ich hab grad gedacht... Gut, ich hab acht Knochen. Also wir haben noch zwölf Knochenmehl in der Kiste. Denkst du, das interessiert mich? Aber wo ist das hin? Hast du das ausgenommen? Was ist? Können wir jetzt anfangen nochmal... Das Knochenmehl aus der Kiste habe ich bereits in den Dispenser getan. Achso. Warum? Okay, dann hau rein. Da soll es doch hin, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Part Minecraft. Hallo. Und ja. Ich hab grad noch ein paar Knochen. Will mich einfach niemand beachten. Also ich nehm jetzt nicht mehr auf. Weil, äh, meine Festplatte vorliebst. Achts Glück. Wessen Hund ist das hier draußen? Seiner! Muss gleich gekillt werden! Ey, wenn ihr den killt, ganz ehrlich, dem Lubs hat schon 200 von mir gekillt. Hau jetzt ab dort. Schau mal, was ich mit deinem Hund mach. Ich geb dem Fleisch. Er mag mich. Das ist meiner. Das ist ein Scheiß-Klitter. 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 Ja, wir haben 24, äh, Dings. Knochenmehl. Ich glaub, Knochenmehl sollte ich nicht da reinlegen. Wollen wir noch Knochenmehl? Wie zu sein, wenn wir in die Essenskisten rein. Äh, ja, 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 jetzt ist gut! Jetzt ist gut! Ich meine, er kommt ein Feier. Äh, Feier. Ah, ja. Wie sich das anhört. Wo ist mein Hund? Demo Lutz. Was? Der ist hier oben. Alter, ich stehe hier drin und arbeite gerade. Der... Ich hab nicht... Hast du den gekillt? Nein! Nein, hat der garantiert nicht. Der steht, glaub ich, noch hier oben. Bei mir. Ich hab nichts gekillt, Alter. Ich kill deinen Hund nicht mehr. Wo ist der denn jetzt? Ja, dann ist er unten in der Höhle. Ist mit dir gekommen. Du musst du gucken. Ich bin nicht in die Höhle gekommen. Ja, oder er ist in der Wand. Oder er ist in der Wand festgepackt. Ja, ich sehe mich. Und er ist dann gestorben. Ich hab ihn nicht gekillt. Ruby? Wo ist der? Als ob Ruby das wissen würde, auch weil er drin war. Ja, er hat doch gerade gesagt, er ist da. Er ist wahrscheinlich noch da. Ich hab ihn eben noch gesehen. Ah ne, jetzt steht er nicht mehr hier. Er stand eben noch hier. Ey, Demo Lutz, du bist so ein Dreck. Ich hab nichts. Du bist so ein Dreck. Also, ich schwör dir, ich hab nichts getan. Ich schwör's dir, ich habe nichts getan. Ja, kannst du viel schwören. Glauben du ich dir trotzdem nicht. Also, ich hab... Ruby, ich hab nichts gemacht. Ich hab tatsächlich... Ich hab nichts gemacht. Ich lief wie nur rum. Ich hab die nicht. Sechs Knochen für drei Hunde, die du alle gekillt hast. Ich hab... Boah. Ich hab nichts gekillt. Ich habe es nicht. Hör auf jetzt. Ich hab keinen Hund gekillt. Hör jetzt auf. Das ist einfach scheiße. Ich hab keinen Hund gekillt. Ja, ich hör jetzt auf. Ja, ich hör jetzt auf. Sonst mach ich meinen neuen Strafen, die du gleich haben wirst, wenn du mich jetzt tötest. Ich töte dich nicht. Jetzt setze ich die alle sofort. Nein. Ich töte dich nicht. Kommst du auf den Server? Hey, er ist Cheetah. Er fliegt. Er ist traitor. Hä, wieso kann ich fliegen? Er ist traitor. Er wird gekillt. Hä, jetzt... Jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Er ist traitor. Er wird gekillt. Hä, wieso konnte ich eben fliegen? Hä, wieso konnte ich eben fliegen? Weil das... Weil das ein... Wer hat den Stall aufgelassen? Warum haben sie so viele kleine Mistkühnchen? Weil... Ich fände mir jetzt mal die Mandarine. Wo sind die Eier? Ah, die Mandarine sind ja auch. Da sind Eier. Ah, die Mandarine sind ja auch. Scheiße. Nein, ich habe keine Eier auf. Oh, ich finde ja, das ist... Das ist... Mann, ich habe zu meinen Augen... Oh, scheiße. Das wird die Botox setzen da auch. Ernsthaft. Ich kann nichts mehr sehen. Boah. Komm zu mir. Wer? Ich mache mir jetzt einen Bogen. Ich habe ja genug Pfeile. Alle Pfeile bitte zu mir. Ich brauche einen Bogen. Ich habe noch zwei Herzen, also bitte nicht mehr schlagen. Nein, nein, nein. Auch nicht mehr mit Bogen. Nein. Ich habe einen Bogen. Ich habe einen Bogen. Ich brauche nur noch Pfeile. Wieso konnte ich eben fliegen, verdammt? Bogen Pfeile? Ja, das ist ein Markt. Das ist so ein Barakt. Den hatte ich vorhin auch schon mal. Sollte mich die Kühe nicht langsam auch mal töten? Ja, aber warum haben wir hier so viele Babyhühner? Ähm. Ja, das ist die geistliche und heilige Frage, ne? Äh, ihr wisst, dass wir unten noch neun Knochen haben, ne? Das waren meine, die habe ich nicht gefunden. Wo waren die? Oh, und wir haben noch 22 Pfeile, die mich mal alle, ne? Hecker. Ich habe noch einen Pfeil. Ja, komm mal her, noch mit. Wir haben auch 16 Eier hier unten. Hä? Und 33 rohes Fleisch und 17 Leder und 64 Holzkohle. Die 33 rohes Fleisch sind von mir. Und 11 Gold. Und Goldschweiß und Diamantschwerter. Hä, wir haben noch 48 Gold. Und hier noch 37 zusammen. Ich habe noch mal 48, jetzt habe ich noch mal 48 Gold. 45 Glowstone. Wir haben massig an Sandstone. Alter, ihr seid so groß. Ja, ich habe irgendwie 36 Sandstone oder so. Oh. Entschuldigung. Hä, was habe ich gemacht? Was? Was bellert ihr uns hier mit nem Bogen ab? Ich bin schneller oben als dir wohl, Lux. Hä? Ich bin doch schon oben. Ich auch. Nein. Doch. Ich bin doch noch. Ja. Ja. So. Ich habe 12 Knochenmehl nur mal so. So. In dem Ofen liegt jetzt ein Stück Kohle. Wo haben wir Wertsachen? Ich schmeiße da einfach mal rein. Hier haben wir noch neuen Knochen. Oh. Das ist ja auch mal einer die vielen Hühnchen an. So. Nee, knuffig. Hey, guck mal. Wir haben eine 50 Knochenmehl. Und wir haben vielleicht 100 Hühnchen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wer hat mich jetzt geschlagen? Nein. Ich ne. Jetzt haben wir 63 Knochen. Ich hab mein timer gestellt. Ich hab mein timer gar nicht gestellt. Haha. Aber ich weiß zumindest, dass ich jetzt schluss machen muss. Ich hab mein timer gestellt. Nein. Ja, kannst du jetzt die Maschinerie hier hinten mal abbauen? Wieso? Ja, weil die da hinten ja wohl nichts ist. Warum hier wohl beim Feld oder nicht? Wieso hast du die Hühnchen getötet? Komm her, ich töte dich. Alter, bist du klopp? Mach die Hühnchen da wieder hin. Gleiches mit gleichem Verhältnis. Junge! Wer bist du tot, Alter? Oh, danke für die Fehler. Die brauchte ich. Ah! Dass der am Babyhühnchen gekillt. Oh, ich hab schon wieder Mandarinsaft in meinen Augen. Warum? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nicht schafft man das, oder? Mandarinsaft in den Augen. Ja, ist gar keine Mandarinen. Hahaha. Ich esse ne Blutorambo. Ich rasier das. Ich rasier dich. Hier, komm her. Ich rasier dich. Oh. Ich hab irgendwas aus der Kiste genommen. Ey. Ich rasier dich. Au. Du bist auf unser Feld gelatscht. Das lassst du jetzt machen. Oh. Haha. Weil wie? Wir fassen so viel. Bist ein kleiner Mongo. Wo liegt dein Zeug eigentlich? Oh. Danke. Oh. Dammit. Er ist schon weg, glaube ich. Vorsicht das Wissen. Keine Ahnung. Ich find's auch nicht hier. Oh no. Wieso da? Alter, was wird's? Au 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 au. Kackett. Latsch erst mal die Kacktee rein. Alter. Der Tag fängt ja weh an. Ich glaub ich weiß nicht warum ich meine Sachen nicht mehr hab. Der hat mich grad geschlagen. Ach so der. Ich muss aus der Tür raus. Ich will flächeln. Komm hier. Ja 24 Pfeile ja also. Oh. Ich bin immer weg. Also mein Paar ist auch wieder schon zu Ende. Boah. So. Wo ist der Pfeil gelandet? Wo? Komm her du Cheater. Mein Pfeil! Hallo? Ja. Also für meine Zuschauer an diese Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Meine Pfeile! Jaaa. Wollt ihr auch noch was anmerken? Hallo? Nein. Jaa. Verpisst dich. Mensch jetzt. Ja. Dann mach ich jetzt auch mal Schluss. Gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal ne? Haut rein. Bleibt so wie ihr seid. Bis dann. Schau. Okay. Aufnahme wendet. Also der Depp. Lass. Ich hab nur zwei Herzen. Lass. Bitte. 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 Ich hab nur ein bisschen. Lass es. Lass es. Lass es. Das war so klar ne?